f1 22 und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier wieder auf diesem kanal heute werden wir formel 1 spielen nämlich f1 22 ja wir spielen eine karriere und ja also diese folge wird so ne da wo ich alles einstellen werden eine ganze die ganze formel 2 will ich formel werden eine benutzer definierte ich will also ich bin noch nicht geisteskrank so wir werden fünf rennen also in der formel 2 saison spielen so diese strecke nehmen wir als aber ich an großbritannien italien saudi arabien und abu dhabi wochenend struktur machen kein training wenn wir in der formel 1 und dann machen wir training und wir machen ein haupt und sprint rennen und 25 prozent und damit starten wir in die karriere mit denen so da rechts sind die halt einstellungen als allererstes müssen wir einen charakter auswählen ok ok ein charakter ok er sieht cool aus und herkunft herkunft ist natürlich deutschland und unser unser name ist natürlich admiral asim unser kürzel ist ADM ahmet albrecht oh hier asim das ist ja das ist sehr cool asim ja 1 zu 1 das ist ja clean ja und unsere fahrernummer ist natürlich die fahrernummer wie Abonnenten haben wir ah 40 240 natürlich dann die 40 genau kümmern wir uns zuerst einmal um das aussehen deines Fahrers so unser helm und unsere podiumsgeste ja ein bisschen danke ich brauche noch einen Moment schön sehr schön ja wir haben es geschafft ja machen wir so unser team in der formel 2 ist äh prima und wir sind oh das ist ne gute Frage ich würde vorschlagen wir gehen zur metzi des Fahrerschmäder und somit starten wir die Karriere klasse das wäre alles was wir hier festgelegt haben kannst du später wieder ändern und wir kommen am Anfang jeder Saison hierher zurück wenn du bereit bist drücke weiter dann gelangst du zum Team Hauptquartier und wir können anfangen uns an die Spitze der Formel 1 vorzukämpfen na gut dann würde ich sagen das war es mit dem Video wenn ihr es verkehren hat dann lass ein kleines Abo das war ein ziemlich kurzes Video beim nächsten Video geht es an dieser Stelle weiter ähm ja ist ja logisch ähm wir sehen uns tschüss bis dann